Herzlich Willkommen zu Let's Play Super Metroid bei Super Yopa. Ich bin Steffi. Und ich bin Michi. Und im letzten Part haben wir endlich die Powerbomben erhalten. Damit können wir endlich die gelben Schleusen öffnen. Und im Part 6 geht es nun weiter. Wir sind immer noch in Brinstar und entdecken neue Gebiete. Dort oben haben wir jetzt gerade einen Aufzug gesehen, der zurück nach Katarina. Kateria fehlt. Aber da wollen wir jetzt nicht lang, denn wir wollen noch andere Erweiterungen holen. Und hier sehen wir schon die Scythopper. Also die Samus angreifen. Und wieder unten unseren Freund, der uns im letzten Part in dem einen Raum, der wir aus dem Blumen kam, hat er uns schon gepackt. So und hier eben? Da ist nicht so ein... ich weiß gar nicht wie der heißt dieser Greifer. Da fehlt einer auf jeden Fall. Ja. Hier müssen wir jetzt eine Powerbombe legen. Powerbombe. Um eine neue Powerbombe-Container zu halten. So. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, hat sie das ganze Geländer weggesprengt. Und jetzt kommen eben auch diese Greifer wieder zum Einsatz. Huch. Das soll da unten bleiben. Und das gleiche Spiel wie hier im letzten Part. Wir hängen wieder fest. Und ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so ganz so viel Energie. Aber... Hängen wir schon hin. Das ist interessant. Das muss ich super öffnen. Können wir jetzt wieder nach No Fear? Ähm ja. Jetzt gehen wir wieder weiter. Jetzt können wir die gelben Tür öffnen. Ganz genau. Weil mit gelben Türen öffnet man eben... Öffnet man nur mit Powerbombe. Können wir nur öffnen. So drüben. So drüben. So drüben. Die solltest du den Raum machen. Kleinen Boppen wieder drauf. Wir wissen nicht mal aus, wenn sie die ganzen Gegner weg... So. Können sie ja die Dinge da wieder aufladen. Die komischen Fliegen da oder was? Ach so, ja auch. Die aus die Blume kommen. So ein Samus Ita. Ja so. Ja so Samus Ita ist da. Die Blume, die Pflanze. Aber Ita trifft so glücklich vor. Opa. Hä? Geh mal da rein. Du hängst irgendwie fest. Versuch mal da rein zu gehen. Doch. Ich hab gerade hängen. Warte. Du bist fest. Das heißt. Dankeschön verschupfen. Jetzt gehen wir so ein bisschen raus da. So. Okay. Wir haben es nicht geschafft. Sie wird besser angestellt als ich. Okay. Ich nehm es zurück. Okay. Jetzt sind wir ganz runter wieder. vorbei und den hin. Wow. Wir fallen ganz tief. Von ganz oben nach ganz unten. Und da kommen ja die eigenen aus der Röhre raus. Ach da kommen wir auch noch lange. Ne, da gibt es auch nicht. Dann bauen wir erst wieder eine andere Ausrüstungsgegenstand. Ah. Aber den holen wir jetzt als nächstes. Was? Wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich ein bisschen mehr rum. Ja, ich habe ja erst vor ein paar Monaten noch die Komplettlesung dazu geschrieben. Drum kenne ich das Spiel noch fast auswendig. Du kannst natürlich auch auswendig. Aber ich weiß noch fast überall wo es herangeht. Aber auch nicht überall. Das habt ihr ja gesehen. Mhm. Was? Also schon letztes Mal ruht ein Problem. Ich habe dann ein Wasser. Mhm. Ja, dann wird's schon. Ja. So geht's. Ich habe ein bisschen Halt. Ja, jetzt können wir den auch endlich eingefrieren. Den nervigen Greifer. Das ist eine schöne Musik irgendwie so entspannend. Gefällt euch die Musik? Mhm. 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 Wollen wir nochmal Craig besiegen? Nee. Der ist glaube ich gar nicht mehr da. Das hat D gesagt. Silver. Dinn. Achso. Und jetzt sind wir wieder in Norfair. Im heißen Gebiet von Cebis. Der Wecker geklingelt. Auch der Kuchen, ne? Ja. Oh Leute. Wir müssen jetzt gerade einen geilen Schnipp machen. Wir holen uns dann gleich wieder was Neues. Bis gleich. Ciao. Okay. Da sind wir wieder. Wir haben uns gerade die Karte noch geholt. Die befindet sich in diesem Raum. Dann da war auch so eine gelbe Schleuse davor. Genau. Da hat man echt die Powerbombe gebracht. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Hier waren wir schon mal. Weiter, weiter. Genau. 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 Da braucht man die Powerbombe auch. Jetzt können wir ja nicht hier weiter gehen. Boosh. Hm? Oh. Bang! Dann jetzt sucht die gute Samus. Den nächsten Zwischengegner. Der ist nämlich gar nicht so leicht zu finden hier. Wer wird das sein? Ich glaube der gute kommt bloß hier vor. Aber ich bin mir gar nicht sicher ganz. In dem Spiel? Mhm. Ich glaube ich mal. Achso. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Ich glaube auch. Oh wir fallen! Der Boden ist in Schabina! Oh und hier nehmen wir wieder mit. So. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Das bauen wir via Turbo. Turbo Samus! Yeah! So. Jetzt gehen wir mal da mal. Wie schnell die wohl rennt. So ein K&H. Oh ja bestimmt über... Keine Ahnung. 200? Ich weiß gar nicht. Hm. Nee ich glaube nicht. Aber 100 bestimmt. Tango Samus im Tor. Wir können uns doch aufheilen. Wir können uns doch aufheilen. Oh. Wir sind komplett. Wir sind gut. Komplett. Dann gehen wir jetzt zurück wieder. Da gehen wir alles mal entlang. Jetzt nehmen wir die süßen Seepferdchen. Dann würde ich sagen, wir speichern oder? Mhm. Genau. Aber der Part ändert doch nicht. Denn wir haben noch Zeit. Da kannst du Licht erschießen. So. Jetzt sind die Pflanzen weg damit. Was tun die eigentlich mit Feuer? Wahrscheinlich irgendwie so feuerresistente. Was ist denn das? So. Ich wundere, dass sie nicht ausdrucken. Mhm. Stimmt. Mhm. Okay dann die zweite. Oh. Aber die sind Lebewesen. Die sind ja eh alles ein bisschen auch alienmäßig. Jaja. Okay. Boah. Die super ein bisschen. Kannst du ja unten noch eine holen von der Pflanze? Ja. Oh. Na gut. Dann gehen wir gleich hier lang. Ist das für hektisch und witzig. Und wie sieht das? Das ist der gute. KUOKAMAYOR. Genau. Und diesen netten Gesell besiegen wir eben mit. Am besten Supermessl. Ist ein sehr historischer Diener. Der aussieht, als würde er gleich zerlaufen. Also würde er schmelzen oder? Ja ich guck mal. Die Schwitzel da. Da hat so Tropfen da von sich runter. Oh ja ja. Na wie lange lebst du denn hier schon noch? Das Besondere an dem guten ist nämlich, er hat keine Anzahl von Kraftpunkten. Und man muss ihn nämlich wegschöpfen. Nämlich wie hier unten sieht das unten ist keine Lava. Das ist nämlich Säure. Und der Gute muss eben ein erfrischendes Säurebad nehmen. Um ihn zu besiegen. Und er ist wie die anderen Gegner auch. Nur im Maulfall verwundbar. Und oh, er kommt gewaltig näher auf uns zu. Sie sieht jetzt total panisch oder was findet. Meint ihr? Die anderen waren doch eher die von Sporospin. Die war ja irgendwie... Ach, die war irgendwie total... Ich weiß nicht. Ich hab's auch psychisch irgendwie gemacht. Geh nach hinten. Du hast ja nichts verloren. Er hat voll den langen Arm. Mhm. Boah, das kommt doch schon wieder näher. Ich glaube wenn du sogar diese Bobbelst, die es schmuckt, dann gibt es ja glaube ich auch Missiles und Energie. Ah ok. Aber in Energie schaut es noch gut aus. Mit einer Tank hast du es verloren. Super. Komm mir nicht so nahe. Lieber Crocoman, das sehen wir schon. Wir sind fast da. Stimmt. Da sieht man schon so eine instabile Plattform. So wie ein Bad nehmen. Weg mit dir. Wie lange hast du es geschafft? 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 Nur oben sind wir Crocombeben verankert. Oh ja. Oh ja, ich geschafft! Ja! Nächster Zwischengegner ist... Angelegt! Oh und... Ich finde es ja die Fassade. Der Arm hier. Es muss echt schmutzhaft sein. Oh oh. Und das ist das Ende von Crocoman. Jetzt geht's nach... Oh, Stachel. Oh. Hä? Lebt er noch? Schon mal zurück? Weiß nicht. Aber er ist auch nicht mehr. Bist du hier verstecken? Guck mal hier. Wo bist du? Und wer nochmal kommt? Leute? Er kommt doch mal. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich bin nicht bewegerichtig. Leute! Nein! Er kommt zurück! Nein, nein, nein! Der weg! Oh! Oh, er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Der Geist! Und er fällen sich zusammen... Ups, und er ist besiegt. Und dies ist nämlich der zweite Gegner, bei dem seine Überreste noch übrig bleiben. Also, wir können sich auch an seinem Skelett noch erfreuen. Genauso wie beim... Was ist das Boss in der Wiese noch? Das Boss benessen wir auch noch, diese verdrocknete Körper von ihm. Gut Leute, wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht. Hier, und wir haben einen Brunnen zum Aufhören. Einen jungen Brunnen. Hier hast du. Danke. Und wie immer speichern wir. Natürlich. Oh. Falsch, das hast du scheinbar. Ich habe kein A-B gedrückt. Wir drehen auch mal um und wir speichern erneut. Und wir haben immer noch Zeit. Und irgendwie sieht jeder Speicherraum gleich aus. Außer, dass bei einem da mal noch eine Tür war. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, das war Dinger da oben. Kann man sich da auch ein Cropping nehmen? Ich glaube nicht. Also, ich weiß gar nicht. Und wir können nur noch unten. Okay, dann können wir auch lang, aber... Es sitzt aus nichts. Es sitzt nicht gut. Und hier eine Tür. Und hier die blauen Bälle mit dem Gesicht. Das schaut nämlich komisch aus. Ja. Ja, das ist ein Säure. Oh nein! Renn! Woah! Roll! Hä, die kommt mitten aus der Lava? Äh, Säure. Autsch! Autsch! Ein Misslecontainer! Und wie immer verschwindet die Säure. Das ist auch noch ein Magma. Ach stimmt. Genau, Magma. Und wir haben noch ein bisschen Energie für die Samos. Damit sie nicht untergeht. Jetzt können wir weiter nach unten. Ich weiß es nicht. Ich will mal gucken. Was muss ich hier machen? Oh, jetzt kommt was cooles Leute. Wollen wir erstmal das weg sprengen? Autsch. Die komischen kleinen Feuerdinger da. Die Zecken. Zeig ich mir das kurz. Yeah, das ist der Supersprung. Und da hinten erwartet uns. Aber ich weiß es nicht. Grappling Bean. Heutzutage auch als Grapple Bean. Aber 1994 hatte ich noch Grappling Bean. Das hat ihm so. Ich will das, dass du machen. Okay, das mag ich nicht. Das, dass du machen. Das, dass du machen. Das, dass du machen. Das, dass du machen. Schon bald schon mal zu zweist. Sag aber einfach, ich mag nicht, dann wird es so schwer. Und ich habe gerade auch Probleme. Und ich habe gerade auch Probleme. Ich bin jetzt nicht so ein... Ein... Ein Freundes Grappling Bean hier. Echt? Ne, ich weiß nicht. So, das ist voll gut, dass ich so hin und her spielen. Wuii. Wie Tazern, oder? Oh, oh. Oh, oh. Ah, genau das habe ich gemeint. Aber zumindest sind die Dinger da. Bestimmt, dann muss die Samt. Spring nicht hinunter. Dann muss die Gute, nämlich keine Lava... äh, Säure. Dann muss die Gute wieder ein. Der gute Croc. Ach, jetzt muss ich das nochmal wegspringen. Oh. Komm, er biss dich. Er biss euch. Die geben Energie. Die sind cool. Okay. Roll dich. Und wieder BOOM. Oh. Sehr schön. Sieht ja, dass du den Supersprung machst. Oh, ja. Was ich auch mal machen darf. Und... Ups. Oh. Oh, oh. Kann ich nicht so gut wie du? Du musst, wenn du da rennst, musst du einfach B loslassen. Okay. Und nur A gedrückt halten. Super. Sauber mich. Sauber. Sauber. Und jetzt führe uns mal den Grappling Green vor. Diesmal gescheit. Wuii. Ich hab mich an, dass es das Spiel wird hier nicht. Jetzt halt. Okay. Es wäre einfach cool, wenn es da rüberfliegen würde. Ich hab irgendwie schon, aber meine Schlacht ist einfach stehen. Ui, die Sauber hat mich gebrannt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin steuerreich eingefroren. Wie? Ups. Ups. Krass. Okay. Und dann kommt es zur Decke hier. Und so. Oh, das ist mir gar nicht so viel Schwungen genommen. Oh, das ist super sportlich. Ja. Yeah. Missed it. Das hast du wieder. Danke. Hoffentlich kommt jetzt kein Grappling. Grappling Zeug mehr. Noch so viel. Doch. Es kommt noch ganz viel. Juhu. Ich freue mich. Wir sind auf jeden Fall immer. Ähm. Da wieder so eine Art einführen. Das neue Item. Und wir sind wieder unten. Und jetzt mache ich extra nur für euch. Noch einmal den Supersprung. Und dann wird es auch schon wieder Zeit den Part zu binden. Ja. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.